Ihr seid nicht eine gute Person. Ihr habt Angst. Gute Leute, nicht hier enden. Oh. Können Sie mich hören? Wir haben fehlerhafte Dings da gefunden. Ich weiß nicht, wie die heißen. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Radio, spiele! Spiele eine Melodie für mich. Das ist so ne Nebenmission, die Radios an den richtigen Stellen zu platzieren, dann hat man auch das 100% Ende. Also nicht 100% Ende, aber man hat halt dann was geschafft in seinem Leben. Und das habe ich leider nicht geschafft. Und runter. Und runter. Runter. Hallo. Hallo. Willst du mich verarschen? Ach, da kommen wir her! Ach so! Oh. Hoppla. Das wusste ich natürlich. So. Einmal durch hier. Einmal da hoch. Wir sind doch nur einen optionalen Weg gegangen. Aber wer kann? Der kann eben. So. Unfertige Körper. Von... Schießanlagen. Ja, wenn ich wüsste, wie sie heißen, würde ich sagen. Wah, wah, wah. Aber schön, dass sie uns nicht die Schuld geben hier. Sehr nett von ihnen. Spaß dies. Boah, war das fies, ey. Speedy thing goes in, würde ich mal sagen, ne? Mann, sind wir gut. So, mal schön so Nervenkitzeln, in der letzten Sekunde zu drücken, dass wir durchfliegen. Und... Tja. Nein. Geh nicht in das Licht. Nein. Okay, wow. Okay, bei Kuchen, ganz ehrlich, bei Kuchen hört dieser scheiß Spaß auf. Bei Kuchen ist das ganze kein scheiß Spaß mehr. Ganz ruhig, ganz ruhig. Schmeiß das Stühle durch die Gegend. Und... Failed. Und Akten. Und... Dinge. Okay, wir lesen mal. 3, 7, 4... Ausrufezeichen. Hashtag at... Test subject failed. Failed. Man müsste eigentlich mal stoppen und es hier lesen. Can prepared. Teaspoon salt. Salz und Teelöffel. Naja. Festplatten. Noch eine Festplatte. Wo waren wir hier? Waren wir endgültig in den Kulissen dahinter angekommen? Man weiß es nicht. Ach ne, hier sind wir hergekommen. Hoppla. Stühle flogen durch die Gegend. Aggressionen nicht zu beschreiben mit Worten. Wir können Stühle zerstören, lol. Machen wir doch gleich mal. Zerstöre. Zerstören. Zerstören. Yay, wo sind wir? Ähm... Nochmal. Dinge? Da ist ein Kuchensymbol drauf. Das muss toll sein. Festplatte? Was ist das hier? Ähm... Hallo? Äh... Was? Müssen wir mich verarschen? Was geht denn hier ab? Warum hab ich diesen Knopf gedrückt? Fuck you! Ich bin raus hier, Kinder. Alter, ey. Was? Wo geht's hier lang? Vielleicht müssen wir eine Scheibe zerstören. Und Feuer. So. Scheibe zerstört. Over here. Und außerdem, wenn es jemand geschafft hat, hier durchzukommen, wer hätte das alles wieder aufgebaut? Dies sind die zwei Fragen. Wer hatte überlebt? Und warum ist alles wieder intakt? Und wie komm ich hier bitte durch? Ich glaub, hier hab ich gestern aufgehört, weil... Weil ich doch noch im Supermarkt musste ein bisschen was zu futtern kaufen und so, ne? Verstehst du auch sicher? Verstehst du? Aber trotzdem... Over here. Ja, danke. Was over here? Wie komm ich da rein? Wie soll ich da zur Hölle reinkommen? Kann ich da was durchschießen? Kann ich irgendwas an der Wand platzieren? Kann ich auch keine Portale setzen. Vielleicht brauch ich was, um mich draufzustellen. Einen gewichteten Begleiter-Kubus. Wäre jetzt ganz schön... Ich brauch einen... Ich vermisse ihn. Vielleicht muss ich mir ja einen Stuhl holen. Schieß auf mich, komm, komm, komm. So, fick dich. Wollten wir nur kurz einen Stuhl holen, bin weg. Puh, okay. Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, ob wir wirklich einen Stuhl mitnehmen müssen oder nicht. Ich hab keine Ahnung. Hier hab ich... Ich hab auch gestern nie aufgehört, weil ich überfragt war, wie es weitergehen soll, bitte. Ich mein, was? Okay. Bringt jetzt nicht so viel. Aber immerhin können wir mal gucken. Vielleicht gibt's ja irgendwas, was uns was bringt hier. Ah, komm. Ich muss doch da was durchschießen können. Das gibt's doch nicht. Da! Da, 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 da! Da, da, da! Da! Alter! Der Stuhl bleibt doch mal stehen, ey! Wie zur Hölle soll ich da durchkommen? Das gibt's doch gar nicht. Kann ich hier irgendwie entkommen? Nein. Und so war sie überfragt. Wie sollte das bitte angehen? Ich kann da oben drauf. Okay, kann ich nicht. Den Versuch war's wert. Kinder, ich bin echt überfragt gerade. Scheiß die Wand an. Hätte ich nicht gedacht. Außerdem wär's schön, wenn der Stuhl mal senkrecht stehen würde. Also aufrecht. Ich muss da was durchschießen können. Das gibt's gar nicht. Da ist keine scheiß Portalfläche. Das ist unmöglich. This test is impossible. Da ist ein Würfel. Ich würde da gerne Würfel rausnehmen. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Ich denke, ich verstehe zumindest. Wir brauchen unseren Robofreund nochmal. Unsere alte Raketentunte. Damit es jetzt einmal ein dickes Loch in die Wand ballert. Wow, wow. Glück gehabt. Ach, scheiße. Danke. Okay, warum... Ich hab doch die Idee... Ich hab doch nur eingestellt, dass nur Dialoge sind. Raketenstart, was? Aber immerhin war... War die Idee richtig, gut. Dass ich mich... Dass ich da mir einen Würfel rausschießen muss. Und wir sind durch. Ab jetzt... Hab ich das Spiel... Keine Ahnung wie lange nicht mehr gespielt. Ne, ab hier hab ich das Spiel noch nie gespielt. Ich hab nur LPs davon gesehen. Also erwartet bitte gar nichts. Ist ja nix neus bei dir. Ja, weiß ich. So. Aber klar, ne Rakete, n Würfel... Muss was aufschießen. Naja, okay. Jetzt, wenn man die Lösung hat, fühlt man sich schon so ein bisschen... bisschen behindert. Aber nur ein bisschen. Und eigentlich komplett. You just went full retard, nigga. Was? So. Bracke. E.Kellhaft. Nächste Datenladen. Eine Stunde 24. Nehmt die Hölle langsam ein Ende? Werden die Daten je geladen? Ich weiß es nicht. Anscheinend schon. Ihr wurden auf einmal die Alltäglichkeiten des Lebens bewusst. Diese kleinen Dinge im Leben, über die man sich nicht freut, weil man sie als selbstverständlich ansieht. Und wenn man sie nicht mehr hat, dann weiß man, was man dran hatte. Wir müssen hier nach oben. Ein Portal. Vielleicht da. Ja, da. Was? Äh, was? Okay, jetzt mal ganz ehrlich. Scheiße, was hab ich mich grad erschrocken. Fick dich, Alter. Fick dich, ey. Wow, was ist das? Worauf gehen wir eigentlich? Es ist schleimig und matschig und bläh. Und wow, ich hab mich noch nie so erschrocken. Noch nie. Okay, doch hab ich schon. Okay, ich korrigiere mich. Ich hab mich schon mal so erschrocken. Aber kein Grund ist zu wiederholen. Nein. So, hallo. So, 1-0. Alter, war das uncool. Ganz ruhig durchatmen. 1, 2, 1, 2, so. Gut, hab's wieder. Bin wieder nervlich voll. Ich bin, ich bin, ich bin raus, ey. Sterbe. Äh, äh. Aua. Hauptsache, mich nur anschießen. Du weißt, grad am Sterben aber noch seine Aufgabe ernst nehmen. Wer macht denn sowas? Ich mein, der macht doch am letzten Arbeitstag auch nicht mehr, wenn ich in der Filme bin und gewünscht hab. Letzter Arbeitstag, ich greife mir auch nicht mehr den Arsch auf für die. Weißt du, sterb da einfach weg und fertig. Spastiel. Spastiel. Autsch. Nein, 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 nein. Glück gehabt. Das ist trotzdem, ich will gar nicht wissen, in was wir gehen. Vielleicht ist es dieses, diese komische Bracke nur verfestigt oder so. Schau mal, das sieht doch ekelhaft aus. Bäää. Bäää, bäää, bäää. So. Und sterben. Vielleicht kommen wir jetzt doch in die Androidenhülle, wer weiß. Wer weiß es denn? Ich nicht. Hey, da ist die Freiheit. Wir können hier raus. Kletter raus, du fette Sau. Das Licht. Boah, ey, ist die blöd. Boah, ist die blöd. Sie müsste doch... Oh, ne. Die töten halt weiter komische Viecher hier. Wer will, soll, macht doch was er wollte, ey. So, können wir da einmal rein. Stirb. Und dann haben wir... Dann haben wir alle. Ich war der letzte... Nein, war es nicht. Nein, war es nicht, war es nicht, war es nicht, war es nicht. Glück gehabt, so. Trotzdem müssen wir jetzt wahrscheinlich wieder... bisschen was Impulse halten. Zack. Und der Flug war zu Ende. Hä? Hä? Ähm, was? Lass mich verarschen. Fickt euch bitte mal, ey. Hä? Wow. Mir einfach so... So ein paar Kackköpfe da vorzustellen. Ich glaube, es geht ja auch los, aber... Kinder, ich muss da durch, ganz ehrlich. Wie? Yay. 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 Okay, Entschuldigung. Trotzdem, ähm... Ist das eine Portalfläche? Ich sehe sie wieder nicht. Wahrscheinlich, ne? Ähm... Nein. Okay, okay, okay. Ich weiß, wie der Hase läuft immerhin. Ich weiß, wie der Hase läuft. Warte. Wir setzen einfach hier eins und dann können wir eine Runde nach oben schauen. Bitte? Bitte? Ja. Aua. Fuck. Okay. Ich muss das Portal besser setzen. Nee, das ist immer nix, ey. Spassi. Ja, ich weiß. Ich weiß. So. Und Feuer. Und dann hier irgendwo ein Portal setzen. Und... Oh, wir sind auch so durch. Sind wir nicht geil? Nein, sind wir nicht! Halt den Maul! Ich habe irgendwie das Gefühl, die Zuschauerstimmen sind gegen mich. Okay, hier ist nichts Geheimes. Wie sind wir hier? Die Frage ist, wie lang sollen wir hier noch sein? Gibt es einen Ausweg? Eine lange Brücke. Ach komm, wir gehen drüber. Passiert schon nix. Lalalala. Lalalala. Lange Brücke. Ist mir alles egal. Alles egal. Alles egal. Lalalala. Okay, ich hätte echt gedacht, die stürzt ein. Kannst nicht wissen, ne? So. Die nächsten Apparate. Um die Ecke schauen. Gab es eigentlich noch andere Überlebende? Außer der, die uns alle... Aha, wie geil ist das denn? Das habe ich gestern schon gesehen. Ich dachte, ich hätte es schon verpasst. Black Mesa. Aperture. Black Mesa und Aperture sind sehr... Also das, ähm... Black Mesa müsste auch irgend so ein Half-Life 2... Dings sein. Boah, ich blamier mich wahrscheinlich voll gerade, aber... Könnte sein. Ist hier noch was? Scheint nicht so. Dann gehen wir wohl mal diesen Gang entlang. Viele Gänge. Viel nichts. Ähm... Was? Was? Was?